Da platzt mir gleich! Dennis als Fokker Smile, Peter als Doktor Peter Langton, Florian als der rote Ballerun und Leon als Leoooon! Ich hoffe, der Karte ist das erste Kapitel. Und das werden wir jetzt eins nach dem anderen durchspielen. Und ich muss natürlich wieder die Frau spielen. Das Ganze streuen wir mit dem Anker-Patch. Ich will die Axt Ich find scheiße, dass man am Anfang noch keine Waffen hier kann Beim ersten Kapitel Wie schön, dass ihr auf mich gehört habt, dass ich mal eben Cocken bin Scheiße Nicht so sagen können Du hast ja auch voll viel gesagt Hab ich gesagt, aber egal Du hast gar nichts gesagt Natürlich hab ich das Nur komisch, dass keiner gehört hat Was macht ihr noch da hinten? Ich will ja nicht sagen, aber könnt ihr mir mal warten bitte? Dankeschön Ich will eine Kettensäge Junge, warum ist der schon so Junge, das sind solche Die haben solche Wichsgriffel und fassen mich damit immer an Das ist ja eklig Wer hab ich da angeschossen? Ich hab den Weg gefunden Nee, Torben, ehrlich? Ja Laber keinen Ja Boah, echt hart Ja, Torben, lauf in meine Schusslinie, Alter Wie wär's mit okay? Hm Oh, ein Zombie-Anzug Ey, und ich hab'n Defi Hey, hey, Handan Hilfe I, Splitter, Splitter, Splitter Komm her, du Hardware-Nutte Ey, die will abhauen, die will abhauen, stirb Ey, die rennt weg, bleib stehen Junge, ey Junge, wie die hinrennt, Mann Alter, kann die mal stehen bleiben? Junge, verpisst euch Guck mal, guck mal, da Alter, jetzt ist er weg Da, da, da Junge, äh? Alter, hat jemand irgendwas angezündet? Guck mal, wie die wegrennt So was hat man ja noch Alter So, Freundin, jetzt ist er in der Sackkasse Stirb, du Fotze Meine Fresse Jetzt bin ich dir über die halbe Karte hinterhergerannt Wow, ich fall ja immer, ich denke mal, ich fall ja fast runter in den Dingen Los, über den Zins Boah, ey Das geht lang Die Waffen kommen erst unten, oder? Ja Ido, fieb sich fast runter Ja, ich Ja, genau Schleif mich nicht allein, ich brauch Hilfe Ich komme, ich helfe dir Ich helfe dir, Herr Kamerad Junge, werd mit Kotze geworfen Ich? Ich? Hast du auf mich geworfen, oder was? Nein Aber knapp daneben Bleib stehen Wo auch jemand drin? Ich brauch Druck Ey, ist ne Kettensäge Stehen die? Und n, äh Ich hab ne Warbombe Kettenjäger Ich hab die Kamera Das waren wir schon im Aufzug Oh, f*** dich, Leon Willst du die haben, Peter? Ey, hier ist irgendwo ein Jog Ich will, ich will, ich will, ich will Warte 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 Gib mir die, oder ich kill dich Ja, komm zu mir Ja, ich komm in den kleinen Raum Ja Ja Ja, super, jetzt darf ich hin, Alter Ja Das ist geil Kommt der in den Aufzug Ja, komm Wie das Passwort Ich hab dich gefragt, wie das schals Passwort ist Alter Warte Warte Warte, kommt die auf den Boden an, Alter Ey, das ist Junge Torben, hat das so eine Tage, oder was? Echt? Junge Junge Ein Momentchen mal, ich glaub ich hab das zu leise Oh nein, calm Mir fehlt auch passende Aufzugmusik Ja, Alter Ja Ey, weißt du was? Steck auf Zombie-Mode Scheiße Ja Waffe, 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 Waffe Waffe, Waffe 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 Hat jemand ab dem 3 geworfen? Medi-Pack braucht keiner mehr, oder? Ich sagte, ich brauch das Was? Hey, das ist ein Schroffling, oder? Boah, Junge, Alter, die kommen ja irgendwie sonst was Jeder schnappt in der Wache an Nein Boah, Junge Ich bin C-Hegen Das ist ein Depi Die Jungs, ich glaub hier, brennend ist vorbei Why? Ich geh aus der Tür raus und bei mir läuft ein brennender Zombie von meiner Tasse her Ich komm hier immer durcheinander, obwohl ich... Du willst kämpfen? Aua Alter Guck mal Boah Ja Ja, ein Hunter Was macht denn die Hunter hier? Hunter getötet Ja